Das erste Mal von Anders Haselius, das Package von Raphael Aydar und Undress Me von Viktor Lindgren. So Karim, wer gewinnt heute unsere erste Teddy? Der erste Teddy geht an Undress Me. Ich bitte Viktor Lindgren auf die Bühne und während wir auf ihn warten, schauen wir uns auch gleich mal einen Ausschnitt aus Undress Me an. Der erste Mal von Andersen Han fick följa mig in. Han klädde av mig. Han försökte se vem han såg. Han stack in sina fingrar. Han spiel. Han klädde av mig. Han klädde av mig. Frau, Frau, ich bin Viktor und ich bin der Film Film. Ich hoffe, dass einige von Ihnen das Video filmen jetzt schon mal, denn es ist die größte Sache, die in meinem Film-Karrier zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und hier ist Jana, die Hauptaktikerin und der Skriptwriter. Ich möchte Viktor bedanken, dass er meine Skript und mir bedanken. Er ist großartig. Und ich danke, Therese Högberg, der Produzent. Und alle anderen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Viktor Lindgren. Danke, Karim. Der erste Teddy geht also an den Kurzfilm Undress Me.